Sooo, mein Handy da ist mein Handy. Das ist die Importante. Also ich nehme dann einfach die Spieleinladung an, ne? Also nur, dass du bescheidest. So, wir sollen schicken, lol. What the actual carp? Wuhhh! Wuhhh! Auf! Es ist interessant, wenn jemand das Game Kevin nennt, lol. Wuhhh! 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 Habt euch lieb, ihr beiden. Habt euch lieb! Haben wir immer! Äh, sowieso. oh mein gott ich habe noch mal join okay ich habe gehört heute schließen wir das ab und der war gut der war anders gut schlosen ist nicht machen also ich habe mich mehr responsible für irgendwas das passiert ja ja ist ja ziemlich weit mittlerweile schon irgendwo aber fertig krieg was denke ich trotzdem nicht mit dem stäbchen der kreuzritter skelly auf seinem flammenden kreuzzug mit dem stäbchen ist so ein stäbchen das finde ich gut zahnstöcherchen was waren wir am melken das ist eine sehr gute frage kloppen recht rum habe ich mir noch hier alleine oder die frage ist ja wo bin ich sind neben dem mehrling lager ja ich kann selbst als gegner gesehen weil ich mein gut brennt was war der plant tatsächlich das geht ja gut los ach warte mal wir haben da so eine gewisse geißel die stress schieben will ich glaube wir wollten erst mal hier ein bisschen die leute kloppen damit wir mit dem level noch ein bisschen hoch kommen ich glaube wir wollten die kreuzer da unten recht von höchst du für stimmt und dadurch dass wir das machen wollten mussten wir bei dem mehrling da vorbei naja du musst an dem mehrling vorbei wir sind glaube ich noch vorbei gekommen und dann ist er gespawnt jetzt zu dem ja dann kloppen wir ihn ja da unten ist er banditencamp level 8 bis in dem gruppenwald und wenn wir erst mit den mehrlingen kloppen wie gesagt man ja okay gefällt mir trotzdem nicht du hättest noch ein gottespart können wir dir ein kevin ja bitte flosen du hast da noch ein bisschen was für mich habe ich das ein bisschen was gottespartiges drei stücken genau zu sein oh ja stimmt du musst doch für mich shoppen dass das so nett war ich bin so vertickern sehe ich gerade holy shit und da hat er drei stun okay i remember okay aber müssen die alle hier also schild haben was soll das denn könnt ihr mal unseren mage in ruhe lassen nö au ne aus welchen valkyre oh ich geh halt noch auf ne reise so lange nicht wieder auf dieselbe reise gehst wie mit deinem lachgas ich möchte dich gerne schon noch in diesem sonnensystem haben bitte danke es hat gesessen ja joh finde ich gut rechtet ihr in der mitte probi warte also hast du mit drei ap überlebt hast du eine aoe ja aber die macht leider nur stun kein schaden hm ag auf denen damit das strenger typ e ein einer weniger der stress schieb die ist noch akzeptabel mhm schmökern würd ich sagen du du und tobi ihr seht beide nicht so geil aus schmökern ja äh links definitiv links er weg ist erzieht jetzt er fackelt ist doch schön dass du brennst aber er kann es aber nicht sein lassen ja kriegen wir das recht sind jetzt noch Das wäre jetzt noch lustiger. Ach du willst auch? Mein Cousin und ich waren heute so dicht, dass wir den scheiß... Kebeln. Nein! Dass wir nur den scheiß Pizza Karton entworfen getan haben und nicht die Pizza. Kebeln. Was? Lecker, lecker Karton gegeben. Kevin, du sollst was ausrüsten. Nein! Spaß haben. Nein! Doch! Nein! Keine lauten, danke! Blum blum. Oh je, ist ja schon gekommen, der Bandit wird uns so auf den Sack gehen, Alter. Tobi? Kleine Sache mit dem Pizza Karton, ne? Ich hab schon mal was besseres geschafft. Ich hab ne Pizza gemacht und hab mich irgendwann gewundert, hm, warum die sich so komisch anfühlt, hab die trotzdem in den Ofen gepackt, hab grad noch glücklich, hab grad noch gemerkt, dass die eingepackt war. Also die war noch in diesem Plastik drin. Weißt du, was das Problem dabei ist? Weißt du, was das Problem dabei ist? Hm? Ich war gestern zur Hölle und du nicht. Ja, okay. Ich war einfach nur blöd. Gehen in die Olga? Jo. Uns geht's ja gut. Erstmal nen Job für mich. Viel Spaß. Ich weißte, deins ist rot. Trotzdem besser als unseres. War das grad Talent? Hm? Hat das grad auf Talent geskillt? Deine 73, ja. Oh, boy, it's you! Oh, boy, it's you! Was hat der? Geht so teuer alles, das hat der. Was hat nichts ordentliches. Arsch-Streten. N Kelley. Aber weißt du, was du machen kannst Kollege? Du kannst mir immer bisschen Geld geben Arschloch. Snake Armor Weg damit Ch ballots weg damit Perry dorth scalable Kevin, der denkt sich auch. Also, irgendwie hat er das Prinzip, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Er sitzt ja da, um Geld zu verdienen und nicht um Geld auszugeben. Tja. Wir haben nicht zufällig... Hm? 700. Warum? Ein bisschen mehr. Chaos klingelt. Ah, nee, warte mal. Wenn dann nur die Obsidian klären, dann könnte ich kein Schild mehr. Die sehen ja schon echt gut aus. Ja, geil. Aussehen tun so. Wie die Chaos klingelt, es gilt auch meins. Aber dann wäre ich komplett auf Kö... obwohl... Oh nein. Nein! Nein, na. Ey, ich bleib auf, Dings. Ich bleib auf. Magie. Verkauf nicht mal pfeifen, diese Sau. Weiß nicht. Sieht cool aus, die sind wirklich ein bisschen dringer. Oh, boy, it's you! Oh, boy, it's you! Oh, boy, it's you! Oh, boy! Okay, I see what you mean. So ein bisschen Autotune zum Mitnehmen, ja? Genau. Boah, ich bin schon... Boah. Ich bin so vor einer Planeten. Ihhh. Warum muss das denn Wasser-Golem sein? Mein Kumpel, komm her. Lass dich knuddeln. Kann ich mal versuchen, die alle aussetzen zu lassen? Ja, versuch mal. Wie viel hast du? 82 momentan. Mhm. Flau dich. Na. Pussy. Ach ja, die sind Stunny-Moon, die zwei. Mhm. I'm blind! I'm legally blind! I'm stupid! I'm sorry! Ehhh. So... Kann ich irgendwas? Kannst du dem Knochenlord voll auf den Sack gehen? Stehen wir, ja. Ja. Äh. 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 What the hell is the... Den Linken? Oder auf die Mitte? Ich weiß es nicht, weil rechts bringt nicht viel, weil er 12 abzieht. Ja. Ich will dich hin ja trotzdem. Ja gut, stimmt. Macht keinen Unterschied, Kevin. Muss da eh dran drauf. Jo. Deed. Das tut weh. Das tut weh. Oh doch nicht. Ey. Nicht krank werden. Ich bin zwar krank, krankheitsimmun, ne, aber du nicht frozen. Ja. Please do not get the sickness up hier. Ja, dann wirst du auf ihn gehen dürft. Na komm. Oh nice. Hahaha. Na komm. YOLO mit 77% erstmal komplett rein... Nice. Damn. Noch nicer. Stop. Na nicer. Na nicer. Sorry. I'm very very sorry, to be honest. Ich könnte meine Rüstung erhöhen. Ah ja, okay. Am besten wirst du mir den aussetzen lassen. Kann ich ja nicht. Der Simon dagegen. Ah stimmt. Könnt ihr mal auf meinen starken Schlag reindrücken mit 46? Ja komm YOLO. Na ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Au. Und schlag ihm ins Gesicht ey. Ja, die Runde überlebt er nicht. Hehe. Darf ich? Dein Fokus wird uns auf jeden Fall. Okay. Eieieieiei. Immerhin ne 27. Immerhin. Ja gut. Das war nicht verstanden, aber ich nehme es. Ja. Ich auch. Ja. Ernsthaft? Kann ich nochmal den Raum zurück bitte? Alter. Ja. Würde ich dafür ver... Oh Gott. Nee. Nee, nee, nee. Die nehme ich nicht. Tobi! Das war schon bei mir, du Jode. Das Spiel weiß zu wem es gehört. Oh ja. Jo. Alter, er findet erst mal ein Gottesbad. Na moin. Warum auch nicht? Boah. Affe! Ist das ein Krankheits- oder Gift-Affe? Gift. Ja. Nee, der hat sogar einen Totenkopf drauf. Nee, das ist ein Gift. Würde ich mal überhaupten. Ich habe eher das Gefühl, dass er sogar Todesmal hat. Mach ne 41 bitte. Macht er nicht. Er macht das anders. Oh, das ist unnötig. Ja, so unnötig. Ich würde den Fokus nicht machen. Ich bin tot. Oh, tsch. Dann benutze den Fokus. Gut, dann mach mal so. Hat sie das Tobi dann noch ab? Äh, nee. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir es waren. Everybody going back. I agree. In the movie. Äh, kriegst du den rechten komplett weg? Nö. Deswegen wartet er auf Cap. Hm. Speaking of Todesmal. You fucking what, mate? Jetzt haben wir ein Problem. Nö. Soll ich ihn lass uns hier umlegen oder soll ich ihn lieber verbrennen lassen? Du sollst ihn umlegen, weil er kriegt wenn nur 3 Schaden. Ach, ich bin 6. Ja. Stimmt, ich bin erst danach dran. Und dann. Jetzt hoch. Brutalinii. Der Todesmal fehlt grad gar nicht. Wo ist denn da rauf? Oh, naja. Lass krachen. Ich kann nicht ernst. Doch! Nein. Doch! Ich nicht. Okay. Ich hab schon mehr einen Affen. Ich seh einen Affen. Über 2. Sie hat Krankheit, Tobi. Dann ratet er sich Todesmal. Äh. Ne. Ne. Benutzt nicht dein Fokus. Scheiß, Fliegevieh. Ich glaubest du wohl logisch, ne? Ja. Ach komm. Also ob der das aus... Oh nein. Ja komm, geh auf mich. Nicht auf uns alle, nur auf mich. Die Frozen uns auch wieder einstecken will. Mich kann er ja nicht anstecken. Jungs. Verpiss dich. Oh, Frozen. Krank ist etwas, du. Mach, ich heile das am Ende. Weil dann ist direkt alles geheilt. Ich habe mir jetzt nichts, wenn ich jetzt mich heile und nochmal auskriege. Ja, ja, ja. So, meinst du das? Ich habe ja noch, dann noch so ein Ginseng. Ich will nur noch mal angriffen. Jolo oder normal angriffen. Jolo oder normal angriffen. Schuss, ich bräuchteste. Weißt du, hättest einmal, wo es dann Sinn machen würde zu Fokin? Er hat gerülpst Er hat gerülpst Oder hat sich eingeschissen Ich wette auf zweiteres Weil er realisiert hat in dem Moment, dass er, als er Tobi nicht getroffen hat, dass er sterben wird Ich gebe mal weiter Dann schnell weiter Jetzt kommt erst mal die Treppe Obwohl ihr noch keinen Gruppenteilen machen Lass uns so einstellen, dass wir einen Tinder-Port benutzen Hm Abholen, nee Will nicht, dass du mich ansteckst Corona-Abstand und so Mach trotzdem einmal Guck mal, dann mach ich mal da Ey, mein Leben ist schon so wenig War ganz gut Jep Chau Vampir Also wir wollen schon gendergerecht sein, ne Vampirin Voll wahr Was willst du eher verletzt sehen, Tobi? Ich würde fast sogar sagen rechts, weil dann können wir schaffen, dass sie nicht mehr rankommt Ja Im Ernst? Na gut, mit dir wird das natürlich nichts 92%? Und der verfehlt? Macht ihr halt die blöde Papiertante da drüben Gut Jetzt finde ich ja das irgendwie sehr ironisch, ne? Die, die Gegner werden sich eigentlich ja dann in den Tisch beißen, wenn die merken, dass der blinde Tobi, der ja grad blind ist, im Volltreffer gelandet hat Ja Hm So blind Wenn ich den Fluch blind habe Ach so, der hat den Fluch Okay, I see Okay Das habe ich nicht ganz realisiert, I'm sorry So Kevin, den möchtest du machen? Ja Was hat ihm jetzt der Lebensentzug gebracht? Dass er uns alle gleichzeitig angreifen konnte Ja toll Mach mal den Linken weg, ne? Bin dir Oder, ne, warte mal, ihr macht den Linken weg Weil ich, äh Achso Ich Verlust habe Hö Stark Den Move kann ich, muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Was? Wir machen, Kevin und ich machen beide mehr Schaden bei dem in der Mitte Logischerweise auch mehr Schaden bei dem Linken, aber der Linken ist so trotzdem totgeflüchtig Hä? Hä? Beim Lich Lord musst du jetzt den Linken übernehmen Beim Lich Lord werden 8 Punkte abgezogen, ne? Bei uns, bei dir 10 Bei den anderen werden bei mir 12 abgezogen Ja ja, aber trotzdem trotzdem, ist ja egal wer ihn angreift und wie viel Schild er tot ist tot Bei allen von uns drei Wenn du den Lord, ich keime das Phantom Kevin und ich hätten bei dem in der Mitte jetzt noch mehr Schaden machen können Ich weiß nicht, bei meinem Treffer Ne, davon jetzt abgesehen, ich hab jetzt auch grad den Fokus von dem Lord Das war knapp Den Start? Clever Oh, den nehm ich Das werden wir noch so viel EP kiffen, what the fuck, Alter Partei E gleich mal ordentlich Ich hab ja acht Stück von den Dingern Plus sechs Sechs Gottesbart und acht von Würze des Gelernten EP kiffen halt Vielleicht kommt kein Kampf, also warte ich erstmal Ja, unsicher Oh je Warte, ich hab doch links Eine Deedrash Hab ich nicht ne Aufdeckungsschriftvolle, ja Obwohl, ne, die Identifikationsschriftvolle macht auch gar keinen Sinn, oder? Wieso? Weil wenn du sie identifizierst, du siehst trotzdem gegen Kämpfe Kannst du nicht passen? Nee, kannst du hier nicht Irgendwie passiert da nix Puh Feature chest Hey 300 Bin ich gut Tobi, die nimmst du mal Auch wenn er keine Lockpicks braucht, der haut einfach alles auf, aber egal Tobi? Ja Chance und körperlicher Schaden, ich glaub, das klingt gut Und ne Goldmedaille passt eh gut Vor allem zu meiner Rüstung, ja Jetzt aber Hallo Merling, Spacko Stressbeuger Toll Ja, also Ich nehm den Mittleren Hat mir auch eigentlich nichts anderes übrig Haben wir eh alle gleich dran Stimmt Wir haben's aber gerade mit Tobi, Alter Ja Hm, mein Gott Hey, gut, das Ausweichen ist ein 7, ne Ne, die wollen dann doch gefühlt tot sehen, weil sie wirklich straight up ihnen fokussen Mitte, ne? Finde ich, ja Ja, Mitte für mich, was anderes Glauben wir? Glauben wir? Ja, ja Nichts, ohne wird es Okay 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 Enden Links Danke vielmals Was denn? Also, ob ihr den Fokus klauen wollte? Die Audacity Ist jetzt mal gut Der Blutungsschaden ist schon Aua bei Tobi Im positiven Sinne Ja. Braucht den der? Naja, aber ich würde den jetzt noch nicht auslösen. Ich glaube auch nicht, dass wir den brauchen werden. Nehm' ihn vorsichtshalber mal, wenn ihr ihn nicht braucht. Ja. Sonst machen wir. Weil ich hab halt als Amulett zweimal Widerstand, aber pfff. Ob ich jetzt 8 oder 6 habe, ist jetzt auch nicht egal. Ja. Das stimmt wohl. Mach' jetzt nicht so den großen Unterschied. Oh, Tobi, darf anklopfen. Ich hab' gehört, einmal mit dem Kopf voraus durch die Wand. Hallo Teufel. Alles klar. Wollen wir doch schon wieder programmieren. Tobi, kann man dich löschen? Irgendwie. Ne, jetzt mein' ich. Kann man dich irgendwie löschen? Nein. Rein' es ja nicht. Nur durch Ende des Kampfes. Ich werd' versuchen, dich irgendwie am Leben zu halten. Schau. Haben wir verkriegt. Schau. Ich soll perfekt treffen, diese Schweinehunde. Was sind Flughunde? Perfekt hast du gesagt? 100% bitteschön. Und die Sau überlebt's halt. Und die Sau überlebt's halt. Und die Sau überlebt's halt. Yo. Sehr schön. Komm zu mir. Komm. Yeah. Komm. Komm schon. Ähm. Ähm. Was hat er uns da gerade alles zerstört? Ich weiß nicht was bei mir war. Bei mir war's einfach wichtiger. Bei mir war's einfach wichtiger. Bei mir war's ne Orb. Bei dir ne Orb, ja. Die Radiant Orb hat irgendwie sowas. Das Ding. Ich meine Inventar grad nicht reingucken. Die Sache ein bisschen schwieriger. Wie war's? D professione. Sama. Du bist so... Dott. Sama. Dott, 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 Dott. 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 Sama. Dott. Dott. Schöne mit oben. Ich hab's da mal. Nicht mal da schaffe ich einen perfekten, oh wow. Ich wohne. Aber die Hälfte der AP verloren, mal eben. Na, jetzt den Rücken angreifen können. Nee, sonst kratzt du gleich ab. Nein, dann wäre ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt kann ich gleich angreifen. Jetzt zieht ihr halt stabil. 38 jedes Mal weg? Erkennt der Kern halt nix? Äh, Kevin? Ja, was ist denn? Wir müssen gleich mal Gottesbad einkaufen, da ist der Preis bitte egal. Ja, wenn wir irgendwo noch Gottesbad finden? Wenn wir vielleicht zum Beispiel beim Kobold, beim Kobold hätten wir einkaufen müssen. Ja. Ja. Hier geht der nämlich langsamer aus. Du hast deinen Schwerkern schon weggeheatet, ne? Jo. Jo. Ich kann noch einen sammeln für Tobi auch, warte mal, der hat ja schon das Schwert. Äh. Ich hab gehört, es kommt ne Mimik. Warte mal. Warte mal kurz, dann nicht weiter drücken. Äh, 57 heißt. 50 heißt. Braucht ihr mal EP, Frozen? Du auch. Wieso ich? Achso, ich soll einmal durchkliffen, oder was? Ja. Einmal, einmal nächstes Level. Ich kann nicht mehr, ich hab schon noch weitergerückt. Ja, same. Du musst recht eh nicht wegkliffen. Doch, 3 Stück, 57, das Stück passt perfekt. Frozen, du hast ne 3er, fand ich ja. Achja. Ja, dann bewahr sie dir auch und nutze gleich. Gibt ja jetzt nochmal Punkte. Och. Äh. Nein. Viel Spaß. Besser ist. Siehst du, 50 Punkte. Kumpf austrocknen. Ein Dungeon, oder? Hm. Sind wir fertig? Ja. Wie war das von wegen, wir brauchen noch ne ganze Ewigkeit? Einfach jetzt durchkloppen und fertig ist? Ja, wahrscheinlich würde das was ja noch schaffen. Oh. Oh, Entschuldigung. Äh. Chaos, Leben oder Geisel? Chaos. Echt? Wir bekämpfen sie früher oder später bekämpfen sie eh. Ja, stimmt. Ja gut. Von daher, lass du kommen. Chaos? Chaos. Chaos. Wo ist der letzte? Letzte Tempel ist oben. Oh, so weit ist das ja gar nicht. Ja, aber Level 10. Warte. Haben wir nicht ein Lochbecken in Ordnung? Ne, haben wir. Äh, wir haben ein Lochbecken hier, ja. Und wer ist hier? Da in der Mitte von Kobold Korina? Ja. Da kommen wir doch hin, würde ich mal sagen. So. Aber sollen wir erstmal die Geiseln wieder mähen? Was zum Feck? Ähm. Ja gut, dann äh. Auf geht's. Ja, was noch roter macht. Roto? Ich werde mich mal rausfinden. Oh, 171. December, you said you love me, but you don't remember me. Also wir wissen zumindest, dass er kein Acid hat, das ist schon mal gut. All girls are the same. Yeah, yeah, ah. Girls are the same. Gibt. Ah, toll. Drei. Roll. Heaven? Ja. Lass mal ein Ginseng-Ampurier rüberwachsen. Da reicht eigentlich gerade nicht. Äh, oder zwei Stück. Kann ich gerade nicht. Kann ich gerne nach dem Kampf machen, aber vorher nicht. Boah, 80. Toll. Gibt es? Gibt es? Na! Puh! Ja! Und dann, komm! Wieso wieso es? Das soll wem schaffen? Ja gut, ob wir jetzt dadurch hoffen, so kommen wir noch am Kobold-Kurridor vorbei und können noch was kaufen gehen, ne? Ja, okay. Also ich mein, ich gehe logischerweise unten rum, aber ihr könnt ja oben rum gehen. Weil ich will nämlich vielleicht schon mal anheiler, dann schauen. Gut, da wollte ich jetzt nicht hin. Wie schlecht. Dankeschön, dafür geht's. Oh, girls are the same. Hey. Was denn das? Oh, mein... Achso, Kevin. Mein Dad hat meinen WhatsApp-Status gesehen, ne Kevin? Und? Und ich so, ich glaube das wäre so... Du hast einen WhatsApp-Status? Was machst du, Kevin? Hm? Was machst du? Hm? Oben Richtung Dogbecken gehen oder Richtung Juniburg? Oder Castle Wacker? Gut, dann... Brauchst du mich zuhören. Ähm... Auf jeden Fall... Hab ich gesagt, das wäre glaube ich so die erste Zeit, die ich mir tätowieren lasse. Achso. Ja. Du meinst schon, ob Frozen mir zugehört hat? Äh... Du... Ja, Frozen hat mir... Hat mir... Ähm... Du hast ziemlich böres Zeugs gelabert, das ist das Problem. Nee, du erzählst mir den WhatsApp-Status, aber irgendwie sehe ich den bei dir nicht. Also von dir nicht. Nee, ich... Ich hasse das, dass sie das auch Status genannt haben. Achso. Aha. 32,6 nach... Nein, nein, nein. Ich mein ja... Ich mein ja nicht das, sondern ingame. Ob mir da jemand zugehört hat? Bei Kevin hat's nicht. Du hast gesagt, du gehst unten lang und wir können oben lang gehen. Ja, damit wir mein Kobold-Korridor vorbeischauen können. Da wollte ich eigentlich auch lang. Kobold-Korridor. Ich... Die Joniburg. Kobold-Korridor. Wo ist denn Moniburg da? Damit ich zu Schamanenheiler gehen kann. Na ja, fang dich. Warte auf die Gang, auf die Gang und mittlerweile. Zugübersprung. Eine Arbeitführer, Scheine und ich bin im Kleidner. Da wollen auch nicht schon lange weinen. Was für Weltkonspiele, Flaschen drehen alleine. Hauptsache ich rede davon, dass da oben ein Lockbecken ist und du laberst was von oben. Ohne. Wenn du mit Zug geert hast, wirst du das über sich machen. Ach komm. Ey. Frozen will auch nicht zum Kobold-Korridor? Ich wende doch gerade in die Richtung. Was willst du von mir? Naja, also du nimmst den längeren Weg. Wo ist da der längere Weg? Oh, kommst du nicht durch. Das... Ach, das ist das... Ja, ich sehe es gerade. Boah, ja, mit zwei Kokosnüssen spiele ich hier einen an der linken Tüte und die andere an der Rechte. Nein, ich habe gerade den Schamanenheilern mit dem Ort verwechselt. Das war mir schon klar. Jetzt rennst du da aber auch noch. Ja, ich will doch auch zum Schamanen! Oh mein Gott, lieber. Kommt wieder heim, ich bin zu viel Schmerzen von den Nordländern. Das ist nicht die, die ich hier schon gar nicht tun kann. Weiß ich nicht. Ah ne, ich habe einen anderen drauf. Da muss ich gucken. Also ich nehme sie gerne als Ersatz, aber ich glaube, noch lohnt sie sich nicht. Warte doch die... Gut, jetzt weiß ich, wo ich langlaufen muss. Jetzt... Entschuldigung, ich laufe jetzt richtig. Gut, ich gehe weiter. Was los, Tobi? Alles gut. Wir dürfen uns jetzt erst mal in den Scheißlager anlegen. Nein, nein, nein. Wir spielen wohl Lager? Ja. Dann gib ihm. Was wird eh los mit zwei Leuten, die keine Sätze haben? Im Hinterhalt wäre ganz geil. 17 und 21. 20. Ich muss los, Tobi. Obwohl... Ich kann wohl nicht. Weil er ist ja ein Lager, scheiße. Ich kann wohl nicht. Weil er ist ja ein Lager. Scheiße. Äh. Äh. So, einmal Gruppen aussetzen. Ja. I try. I do. Ich hab doch funktioniert. Oh. Jetzt hab ich jetzt nicht allzu weit. Hm. Hm. Ja, so ist ein Tod. Ja, meine IOE ist halt genauso stark so halt. Mit ein bisschen Bonif. Denk an dein Gehirn. Eng. Er hat ja keins. Das lohnt sich doch eh nicht bei mir. Ich brauche zwei. Fokus ist heute nicht mehr. Wenn? Ja? Mach mir eher wegen einer anderen Zahl sorgen. Oh, die 10 AP. Schwierig. Ich werde gleich nichts machen können. Also bring ihn um. Gut, dann mache ich groben Kippen, dass wir noch ein bisschen was davon profitieren können. Hint euch Zeug. Off, off. Hm. Die schielen so komisch. Dein Gift nimmt dich aber gerade an als Hobstar. Ja. Wow. Ich wollte ihn halt tot sehen. So macht man los. Beim Standardangriff fehlte mir halt genau ein Punkt. Ein... ... 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 sauce ... ... ... ... Da geh ich drauf. Nee, leider nicht. Warte mal. Ich hab doch da bestimmt noch was mit Durchbohren in meinem Inventar. Ja, nee, aber das wird dir nicht lohnen zu wechseln. Du kriegst zu viel Schaden. Also ich könnte unser Ausweichen hochschrauben oder unseren Angriff. Im Ernstfall? Machen wir den Angriff vielleicht. Ja, wenn dann Angriff, hätte ich gesagt, wegen dem Schild. Ach du benutzt dir Blut! Hm. Ich? Oh oh. Süß. Das wäre echt cute. Faradayn, VW wie ein Rory. Ich, I don't think, sorry. Faradayn, VW wie ein Rory. Ja, die Werte gefallen wir schon eher bei euch. Yes. Das tu auch nochmal. Komm. Geht doch. Knick! VW, VW, VW kommen, VW. Der Abendblick tut dir weh. Wir trinken Bier, kein Tee. Ähh. Die darf ich mit nehmen oder? Die muss nicht. Immer mit. Das sehe ich ja so schon, dass das... Ähh... VW, 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 VW. VW, 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 VW kommen, VW. Der Abendblick tut dir weh. Wir trinken Bier, kein Tee. Wir lieben das Geschehen. Ich renne jetzt hoch und rum. Jetzt bin ich schon soweit hier unten. Naja, jetzt kannst du ja auch einfach rumlaufen Hey Da passt er gerade so Ne, wir trinken... Der Livepool ist jetzt nicht so geil Alles klar Wow Wollte ich tatsächlich nicht, Mann Richtig, das meine ich ja Ja, dann... ...Frozen, wenn ich es nicht so wieder in den Nebel würde, dann schieb mir einfach in den Gits an, Gruber Mach ich Ich darf es nicht immer... Ich darf jetzt mal ins Korridor durchlaufen und zum Heilaggen Du hast übrigens nur noch 2, ne? Du hast nur noch 2 gehabt Es wird weniger Naja, deswegen ja Nö Dann kriegst du von mir 1 und dann... Ich hab dir extra 200 Taschengeld gegeben, Alter Aber was für Taschengeld gegeben? Taschengeld gegeben Hey, Ben Na? Wir rennen schon mal vor Und beim Korridor korrigieren, dann müssen wir uns nochmal kloppen Ich guck erst mal bei Vandero vorbei, ob die vielleicht gute Spots haben Und oder B Oh, das ist... Vielleicht auch nach dem... Aber ich bin eigentlich schon wieder bei meinem Zeitlimit, Mädels Welchen Zeitlimit? Ich hab gesagt, ich spiele eine halbe bis dreiviertel Stunde jetzt noch Und wie ich bin Oh Das hab ich... Das hab ich um 21.30 Uhr gesagt Ja, gut Aber komm, dann machen wir jetzt noch eine Runde, zwei Runden oder so VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Wollen wir dann Freitag weiterspielen? Ähm... Muss ich gucken, da kommt meine Mama hin. Wann ich so online will. Äh... Kevin? Ja? Was sagst du dazu? We can try it. Wir würden es schaffen. Na dann. Ich muss heute noch was zu abessen machen, wir haben Lust auf die Pizza. Ach das. Aber diesmal bitte nicht den Karton, ne? Nee! Alexa, wärm den Backofen vor! Das geht? Ja. Mit Smart-Geräten geht das tatsächlich. Ja gut, unser Backofen ist aus einer Zeitalter, wo man an Smart noch gar nicht gedacht hat. Unser Backofen zeigt doch ein Hakenkreuz beim Aufwärmaß. Sehr geil. Ja. 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 Ähm... Waren wir... Waren wir... Waren wir... Waren wir in Dings... Äh, waren wir in Niederbayern, ne? Mhm. Ähm... Waren wir in Niederbayern, ne? Ich will kein Knochen-Gift. Hahaha. Kevin, leid mir mal bitte deinen... Find. Einen was? Farnax. Ähm... Und die waren... Gottessport für 378 das Stück. Gut habe ich. What do you want? Kauf dann noch nix. Du hast zuerst jetzt den Wixer drauf gemacht. Haben wir dann locktick? Ja. Äh, Quest-Board ist nix mehr. Was? Ja, haben wir. Recht drauf. Wir gehen jetzt nicht abrufen. Wir gehen erst drüber. Ja. Dann gehen wir shoppen. Ne. Dass wir das zumindest wissen fürs nächste Mal. Ähm... Wenn der Bandit kommt wird teuer. Stabil teuer. Ja, also... Holy shit. Das war... Wenn sich wenigstens der Loot erhöhen würde. Ja, nö. Das wäre ja gebalanced, Tobi. Äh, Tiki-Wald. Nehmt die Junk-Fälle, ne? Nicht die... Nicht die Schuppenentzellen. Jetzt wird das nix. Ah. So, aber dann wissen wir natürlich das nächste Mal. Aber ich muss mich dann jetzt ins Bett machen. Alles klar. Könnt ihr. Ja. Ich muss morgen früh raus. Ich hab heute bei der Arbeit. Habe mich unbedingt gemacht. Ich muss das wieder raushauen. Oh. Dann. Warum ich mein Zug renne. Egal. Ähm... Du wirst deinen Vorschuss heute in den letzten Wochen... Ne, dann gehen wir halt noch los. Ähm... Weil ich mich heute schon um 12 Uhr abgewählt habe. Uh, schwierig. Das geht so nicht. Ich bleib halt immer so bis 14, 15 Uhr. Ähm... Ähm... Wieso, wenn's ein Küchenunfall ist. Währendst du noch deinen Zug? Oder bewegst du? Ja, ich kann mich bewegen. Oh, ich hab Kevin's Heiligtu gefunden. Ja. Ich kann gleich mal zerstören gehen. Alter, ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Tch. Dann, äh... Dann, äh... Dann wir Freitag auch machen. Wird... Wird mich freuen. Aber... Fertig kriegen. Ja. Damit endlich der Keller kommt. Ne, okay. Dann wünsch ich euch beiden jetzt noch einen schönen Abend. Meine süßen zwei Honig Melonen Bärchen. Und beendet sich dann... Am Freitag. Ja. Weil morgen komm ich definitiv nicht. Und dann, weil meine Schwester wahrscheinlich sogar noch... Ich bin lieber meine Eltern mal wieder. Klassiker. Ich... Werds... Mal gucken. Also dann, meine zwei Süßen. Macht's gut. Wow. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Und mit dieser Herrenenttäuschung... Zurück ins Zelt. Tschüss. So schlimm war's halt gar nicht. Eho.